Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Arammeln. Dabei sind fast volle Bude, eine ganz neue Konstellation. Mensch, der Lazarus ist dabei, Lilly Reanger ist dabei und der Helion. Mensch, auch mal wieder im Land. So, und weil wir alle so spät losgegangen sind, lasse ich mir noch ein bisschen Zeit, weil wir haben ja Zeit. Alles cool. So, was spielen wir? Karma. So, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Schuppen. 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 Zack. Ein bisschen Schuppen gehen. Ein Viertel haben wir im Gegnerteam, das ist doch schon mal hässlich. Überhaupt, aber alles AP, ne? So ein bisschen Magierese für jeden und gut ist. Da stehen einfach alles damage. Ja. Das wäre die einfachere Variante. Doch, der Bram hat ganz schön gefressen, du. Das sind irgendwelche Bildvorschläge. Puh. Ja, also, mit Blümchen, das sind zum Beispiel hübsche Bilder. Oder, oder von deiner Mutti, das sind auch hübsche Bilder. Oh nein, da springt was um. Uh. Dankeschön. Kein Ding, ich bin ja Tank. Genau. Aua. Aua. Vielleicht würde ich aber auch so ein bisschen so ein bisschen hier zu spielen. Weil, 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 weil? Christian, erinnerst du dich noch an die Schöne Runde? Äh, die, die, die wir hier gespielt haben? Ja, nicht mal geil. Aber, weil, 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 weil? Ja, selber schuld. Ach, der Melser hat ihn mir auf den Keks mit seinem blöden Kack. Oh, nö. Alles gut, ich habe ja noch mein Schild. Wenn der ankommt, dann... Wenn der ankommt, dann... Ja, okay. Ja, okay. Na, ich bin drin. Oh, nö. Oh, nö. Echt jetzt? Boah. Boah. Oh, nö. Echt jetzt? Eigentlich war die super festgesetzt. Dass der Sperr so viel Schaden macht, das ist ein bisschen unlogisch. Auf die Entfernung. Voll gemein. Möschlich. Juhu. Vor allem, wenn die Gegner sich alle luden sich hoch wollen, ey. Oh, nö. Ah, da geht ja die ganze Zeit nur... Ah, die haben ein bisschen viel Pauk. Ah, kein Ding. Gerettet. Renn ich bitte da rein und stirb. Oh, nö. 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 Zwei AP. Alles gut. Zwei AP. Alles gut. Ich hätte ihn retten können. Ich habe mich aber dagegen entschieden. Ich glaube, ich soll. Ja. Alle nehmen. Okay. Wir... Wir sind ja in so einer kleinen, doben Position hier. Kann ich denn entfüllen oder nicht? Kann das nicht alles abfangen? Nö. 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 Ach, zum Glück in die Creeps. Ich würde sagen, auf Level 6 gehen wir einfach voll kann. Ja, einfach so. Das ist ein guter Plan, Herr Doktor. Nö. Die scheiß Niederlehe, ey. Ah, ist die... Ne. Ich habe immer so viel Faulk, das gibt's nicht. Das ist die, die haben echt, also die Gegner gehen, da ich den ganz gut steil. Und wir haben Evelyn und Katzix. Oh, die sind schon Level 6. Oh, die sind schon Level 6. Oh, oh, oh. Die sind schon Level 6. Was denn da los? Kein Ding habe ich auch abgefangen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was denn. Oh, ohne die? Beginner dieين. Oh, oh, oh. Oh, ich bin Glade um 6. Und jetzt. Oh, oh. Oh, oh. Hat dann was gefangen?! Oh-oh. Oh-oh. Oh. Oh-oh. Oh. Oh-oh-oh. Egal, den nehme ich trotzdem. Oh? Weiß? Ich mag nicht mehr tanken. Sie creeps auch in mich. Wieso kommt der jetzt nicht? Ich habe Angst. Lass mal gucken, hier bin ich ein Schneeball. Guck mal, ich habe gefunden. Oh. Nee, da will ich nicht mehr. Nee, da laufe ich nie lang, da riecht es nach Radieschen. Ich habe ja noch heildrängen. Mensch, warum sagt mir das denn gar nicht? Moi, du hast noch heildrängen. Ja, danke. Ähm. Falsch. Das war irgendwie der falsche. So lange habe ich geliebt. So lange? Oh mein Gott. Einmal out. Oh. Los. Ich habe mich gerettet. Und dafür bin ich jetzt gestorben. Ja, schön in die creeps rein. Die brauchen das nicht. Die brauchen kein Leben. Jetzt. Wenigstens mit Würde sterben können. Äh. Mehr tanken oder mehr damage? Ja. Die sind in aller App. Weiß Bescheid. Ja. Und du kannst du auch nicht was gekauft. Ja, das hatte ich dann auch noch vor. Aber bedenke. Die sind alle App. Wow. Wann da los? Was? Ja, nie. Der hat mich dreimal mit ihrem Speer getroffen. Und dann war da diese komische Wolke von... Das war so eine Kackwolke. So eine blöde Kackwolke. Was war das? Das war interessant. Das war guck ruhig aus. Das war also allemal interessant. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Kein Ding, ich bin ja... Kein Ding, ich habe ja mein Schild. Es ist leid, was mir Spaß macht. Letztes Mal wieder gut hier, Leute. Nein. Wow. Ja, der Christian, der macht das schon, ne? Guck mal da, zack. Eins, zwei, tot. Nee, lebt. Guter Jünger. Und jetzt ist er tot. Nein, er lebt. Jetzt ist er tot. Jetzt am Creep verrecken. Dann würde ich schon ein bisschen auslachen. Der Flash war einfach so unnötig. Ja, ich meine, man könnte sich auch bewegen, aber... Man kann auch flashen. Weil so lange dauert es doch nicht mit einem Flash quer über die Map zu laufen, oder? Also... Äh, das ist doch dieser eine Tipp gewesen, oder? Wenn man sich nur mit Flash über die Map bewegt, dauert es 2 Stunden und 14 Minuten oder so. Das ist schon gar nicht so lang. Nein. Oh, ne! Kommt doch nicht zu mir! Ganz ehrlich, warum? Warum? Lass mich dich umarmen. Oh. Wessen Pullermann ist denn da gerade kleiner geworden? Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Er hat sich schon damit abgefunden. Nein, Mutti! Der viertelte so hart auf den Keks, Mann. Im Schneewall. Komm da mal Hyping, ich weiß nicht wieso. das ist doch was schienen ja meine Güte schlitz der Gabi Sonne so der Wester er hat gefangen hat kein Ding du bist jetzt du bist jetzt alle Kinder da kein Ding habe ich auch abgefangen kein Ding habe ich auch abgefahren ich glaube er ist Level 11 werden dann habe ich mal den schönen Upstrate ist aber feil schaaaaa Alter Alter 450 von dem Speer und 203 von ihrem Lieblings Echo ja geht doch ist doch gar nicht so viel ich habe ja nur 1.000 ach so ja dann ist das doch schon aber boah und da kommt die dumme Krähe weißt du 5000 Creeps und ja das war es irgendwie also ich will jetzt mal nicht pessimistisch klingen aber ja ohne hier schlechte Laune zu verbreiten aber es sieht nicht so gut aus also ich finde es sieht ganz gut für uns aus ja was ja stimmt was soll schon passieren ne die anderen Late Game wir haben Jinx ja total ja total ihr habt mich das Ding guck Doppelkill ganz einfach ganz einfach nichts easier als das ja das habe ich jetzt auch gemerkt Überraschung ja ist doch gar nicht so schlimm endlich Level endlich Level oh mein oh mein Gott ich durfte ich glaube ich nicht einen Wegesieg aufgeraillt haben kein Ding ich habe ja mein Schild und Messer macht verdammt viel Schaden und Messer macht verdammt viel Schaden Nein Nein ich würde sagen ja einfach weil ich der anderen eine andere Meinung oh ja 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 boah da war alles geschmissen Junge Leute ich hab Piping ach quatsch du musst bloß wollen ich nicht du musst bloß wollen du willst nicht das ist das Problem so ähm jetzt zur Lage ich hab grad festgestellt unser Tower wurde zerstört ja ist egal aber ich hab mich oh ja was war das das war krass krass im Wunsch oh oh jetzt der hat das gesehen oder ja du hast nämlich so dreckig gelacht ich fand es aber cool wie er oh ich war einfach voll überrascht mal ich hab mich voll steaky an den drei vorbeigeschlichen jetzt da kam so ne Wampfe auf einmal aus die Wunsch ja mach die Ulti nur auf mich danke hat sich doch gelohnt oder ja wirklich schon hallo willst du dich mal schielen meine Fresse ja ungefähr so war das auch nö ich wollte gerade meine Ulti auf den klatschen ne blöder Arsch so ein nein ich kann das nicht verlieren ja das steht hier im Skript nicht verlieren nicht verlieren ja also erst den Anschein erwecken aber am Ende dann doch gewinnen so steht es hier im Skript und das das kann ja nicht nix werden wenn ihr euch ja nicht an ihr müsst euch schon an Skript halten Leute vielleicht Ulti ha ha gleich ha ja ha ja ha 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 das war jetzt irgendwie doof diese scheiß schnellbälle lustig machen das arm überhaupt nicht kaputt aber wieso ist das ein bisschen dynamischer geworden ja aber das ist halt lächerlich wie OP manche Charaktere damit sind für mal so ein für mal ein Spielmodi finde ich das okay aber auch auch wieder war ja auf jeden fall ja das ist ja gar nicht das ist was ich do jetzt oder nie dreckig mach kaputt jo hab ich eiskeld gekillt den malefight nice erstmal ein heiltrank gönnen guck läuft auf ach nö die ist doch scheiße ein wehrloser Gegner ihr müsst ihn bloß töten warum macht ihr euch nicht gut ja sieht doch immer noch gut aus oder ich meine zwei Tauere haben wir noch ja ist ja so ja die ja also das das ist doch quasi sind sie für uns oder also oder 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 nicht das war gar nicht mein Plan nein voll nicht ja da ist grad irgendwer gestorben das das ich helfe denen die sich selbst helfen das 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 was willst du tun wo 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 also jetzt haben wir genug Spannung aufgebaut jetzt können wir zum Showdown kommen quasi zum großen Finale ja ok äh Leute ich hab das Skript jetzt schon zu mir um mich schrien das geht so nicht ja ja wir haben einfach diesen Spannungsbogen schon fast überreizt jetzt muss ja mal was kommen Dankeschön so ach da ist ja nur ein supercreep er geht ja doch er kann ja da macht das schon ne ja hau mal zu guter Junge ja früher hatten wir noch so eine Leine konnte man immer auch noch verbündet mit Karma anleihen ja mein Käfer an der Leine zack hi 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 ja und dann hast du den Muffelspeed und sobald es geht natürlich auch hat der Muffelspeed hat der Muffelspeed der Muffelspeed oh shit machst denn du auch naja das hat sich fast schon gelohnt da doch das ist nur dein Schild weggegangen alter oh claudia kling für ein Sperr quasi tot für ein Sperr ja ein Viertel der 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 war doch so gut wie tot oder ja 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 der Viertel war doch und auf einmal alles wach 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 ja also ran drauf rüber sagst du dann wach jetzt auf Claudia wir können nicht noch mehr warten die drei Sekunden schaffen wir wenn wir noch mehr warten dann läuft die Zeit rückwärts ok ok jetzt rein jetzt drauf dran drüber oh mein Gott Tom das war nice aber ich weiß nicht Alter das war wieder gut ja Viertel das läuft so es läuft nicht nur es sprintet es es lupt Junge wir haben gerade vier Leute gesehen und die andere nur ja unser Weg zum Aufstieg sagst du ja ok für mich ist schon wieder fast ausgepflichtet ne also sagt wer ah dem Dodges dem Dodges auf du genau der schießt noch auf den scheiß Tauer haa wir könnten auch den Tauer holen ne so zumindest der Ära halber quasi diesen einen Tauer wir haben das um es gut verteidigt ja aber ich meine auch das war was materiell ist dabei ne auf ihn auf ihn mit Gebrö rar nein der hat mich noch gar nicht getroffen oh oh du hast da ein Problem oder ne 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 das musst du ich geh weg tja besser ist das ne vielleicht überlebt der Brauer auch nein der kommt bestimmt gleich den Schneeball da ist der Schneeball und er ist tot ok Leute so wir müssen ja das ja nur zu zweit deffen ne ist ja nicht viel also eigentlich nur ich also ja oder du verpiss dich einfach und lässt mich ja alleine ne ne der macht sterben der macht sterben der macht sterben der macht sterben nein ich mach leben äh sehr schön und jetzt da unten ne 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 ui aber ich hab überlebt he wo willst du denn hin Ich wollte nicht, dass er sich in dem Verlorenbildschirm befindet. Aber sein Name ist trotzdem bei mir zu sehen. Ah, verdammt. Nup. So. In diesem Sinne. Äh. Ja. Wisst ihr jetzt alle, was der Helion doch für ein Nubbel ist. Einfach im Arab verloren. Sonst gewinnen wir immer. Immer gewinnen wir. Keine Ausnahmen. Guckt euch nicht die Folge davor an. Und... In diesem Sinne. Hau uns rein. Ciao, ciao. Ja, echt mal nur in dir.